Hallöchen ihr Lieben. Herzlich Willkommen zurück in der Mech Arena. Wir starten heute mal mit... ja doch, unserer Thermal-Lanze. Haben wir da mit dabei. Ordentlich Impulscanner. Okay, mein Freund, okay. Möchte bitte da hoch schießen. Danke. Wir sollten nicht treffen, ne? Ne. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ein bisschen optimistisch geschmissen hier, aber ihn hat es wunderbar geslowt. Wer Bodyblock denn da schon wieder? Ich mich selber diesmal. Kann man auch mal machen. Kann man auch mal machen. Ist das dein Ernst, dass du dich vor mich stellst? Also nicht, dass es mich wundert. Die Zeiten sind vorbei. Aber nötig ist es doch nur auch nicht, oder? Ne, 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 du. Nicht hintenrum. Ich liebe es, wenn er automatisch umfokussiert. Ich meine, ihr seht das ja. Die Maus bewegt sich nicht, ne? Aber der Autofokus ist dein Freund. Merkt ihr das? Yes, haben wir noch mitbekommen. Doppel-K.O. Ach Mist, wir sind auch draufgegangen. Okay, na gut. Wir laufen mal links rum. Denn da war eben keiner. Jetzt kommt einer. Hat der nach hinten geschossen? Ihr habt das gesehen, oder? Der hat nach hinten geschossen. Ganz klar nach hinten. Du wirst jetzt wo Ops gehen, Mensch. Wirst du rumzappeln da. Also nicht schön. Zappelrino, du. So, ich hoffe, da wird die Flanke jetzt abgedeckt. Du bist von uns. Okay, das ist ja in Ordnung. Nicht so der glanzvolle Schütze, habe ich so gesagt. Na, mal gucken wir da hoch. Mal ein bisschen gucken hier. Ein bisschen Passaroni. Passaroni. Erst du. Dann du. Ah, an dir haben wir doch jetzt schon so viel rumgelutscht. Gut. So. Jetzt aber. Immer wieder eine schöne Runde hier. Du kriegst auch noch von hinten dein Fett weg, mein Freund. Und du auch. Keine Sorge. Dich nehme ich auch noch mit. Ich nehme mich schon auch noch mit. Kein Stress. Ja, dass ich jetzt dafür hops gehe, damit kann ich nicht leben. Denn wir haben gewonnen. Bam. So nämlich. Jetzt aber. Ah. Der Ball. Hm. Immer wieder zum MVP hochgemausert. Ich mag die Thermallanzen. In diesem Sinne. Tschüsschen. Bis zum nächsten Mal.